So, hallo! In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr große Präsentationsaufzeichnungen oder Screen Recordings mit maximaler Qualität verkleinern könnt. Legen wir los! Das Tolle an Präsentationsaufzeichnungen oder an Screen Recordings ist, dass sich in Ihnen relativ wenig bewegt. Daher eignen Sie sich besonders gut, um noch zusätzlich komprimiert zu werden. Um die Videos zu verkleinern, braucht ihr das kostenlose Programm XMedia Recode. Ladet es einfach runter und installiert es. So sieht es aus. Um das Video zu öffnen, klickt ihr erstmal oben links auf Open File und öffnet das Video. Hier habe ich ein Tutorial, das knapp 900 MB groß ist. Also wir öffnen es und jetzt sieht es so aus. Ich zeige euch jetzt im folgenden, welche Auswahlen ihr tätigen müsst und wo ihr was eintragen müsst. Auf der ersten Seite, bei dem Reiter Format, sollte dieses Häkchen aktiviert sein. So und der Rest sollte auch so aussehen wie bei mir. Dann geht ihr auf Video. Dort klickt ihr einfach hier bei Mode, lasst ihr es auf Convert. Auf Codec müsst ihr MP4 AVC H264 auswählen. Das lasst ihr unverändert. 4CC lassen wir auch unverändert. Dann bei Color Mode lassen wir unverändert. Hier bei Rate Control Mode. Da sollte 2Pass Average Bitrate aktiviert sein. Bei Bitrate reichen normalerweise 500 Kbps. Falls euer Video nur 720p groß sein sollte, dann könnt ihr hier auch 300, 400 Kbps eintragen. Falls ihr ein 4K Video haben solltet, dann würde ich hier auf jeden Fall 1000 eintragen. Okay und bei Profile solltet ihr High auswählen. Bei Level würde ich Level 4 auswählen. Falls ihr Level 5 oder Level 6 auswählt, dann müsst ihr daran denken, dass manche Videos mit älteren iPhones zum Beispiel dann nicht mehr laufen könnten. Also bei Level 4 seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei Preset sollte hier slower sein, weil damit die Qualität etwas besser ist. Und bei Tune, das ist die wichtigste Sache, da müsst ihr Animation anklicken. Und den Rest könnt ihr lassen, wie er euch angezeigt wird. Dann gehen wir zu Audio. Bei Audio können wir die Bitrate hier anpassen und auf 128 Kbps stellen. Und den Rest lasst ihr unverändert. Dann könnt ihr noch hier bei Filters and Preview könnt ihr euer Video noch zusätzlich verkleinern. Mein Video ist jetzt 1920 x 1080 groß. Ihr könnt es zum Beispiel auch auf 720p verkleinern. Falls ihr das machen solltet, dann klickt hier das Häkchen ran und ihr könnt dann hier 720p eintippen. Aber ich persönlich würde das bei der ursprünglichen Auflösung lassen, weil hier die beste Qualität vorliegt. Und hier unten könnt ihr als Speicherort den Input-Folder erwählen. Also der Ordner, in dem sich die Originaldatei befindet. Und hier dann auf Don't Overwrite klicken. Dadurch wird dann die Originaldatei nicht überschrieben. Und damit sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier oben auf Add to Queue klicken und dann auf Encode klicken. So und dann öffnet sich folgendes Fenster. Hier unten seht ihr noch, wie lange es etwa dauern wird. Bei mir wird es jetzt etwa wahrscheinlich 20 Minuten dauern. Und ihr habt vorhin Two Pass Average Bitrate ausgewählt. Und jetzt passiert folgendes. Beim ersten Pass, also beim Durchgang 1 von 2 wird erstmal das Video analysiert. Und im zweiten Durchgang wird dann die Bitrate ideal gesetzt, sodass minimaler Qualitätsverlust beim neuen Komprimieren passiert. Okay, das lassen wir jetzt einfach durchlaufen. So, das war's. Fertig. Wir können uns jetzt das Video mal anschauen und vergleichen. Also hier ist das Originalvideo und hier ist das konvertierte Video. Und wir sehen, das konvertierte Video ist etwa ein Viertel der Originalengröße. Vergleichen wir die zwei Mal miteinander. Also hier ist das erste Video. Und hier ist das zweite Video. Wenn wir jetzt einfach mal die zwei miteinander vergleichen, dann sehen wir, es ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden zu erkennen. Beispiel können wir auch mal vorspulen und wir sehen, die zwei Qualitäten sind ziemlich identisch. Und bei nur ein Viertel der Größe. Okay, das war's. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr das Programm einfach schließen und beenden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020